Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Forest Hallo mein Freund Hallo Nur so die Trüsche sind schon dezent fertig Ihr könnt da jetzt schon bisschen was essen Wir haben uns erstmal Ich bin hier gerade erst mal unten am Kämpfen Ja ich merk's alter nix Bitsche Ähm Wir werden uns jetzt erstmal daran machen Denk ich mal hier die Foundation hier zu Ende zu bauen Sind auch glaub ich nicht mehr viele Kleine äh Plätze nötig Genau wir haben 137,173 Also jetzt tot die Händel Ähm Ja Ich nehm hier mal eine Karre Ich würd mal sagen wir gehen einfach zu zweit los drum hier Und besorgen mal ein bisschen Holz Würde ich auch mal so sagen Ich such hier Oh da vorne sind ein paar Leute äh Wir laufen wieder in unsere Richtung Kommen wieder drei Leute ne Vielleicht bleibst du da du mir Und du kannst mir fest mit den Dingern Nöh Ach Krieg ich mehr danach so Ich würd sagen eigentlich Ja ich bin ja eh immer weg bei den Rehen ne Jetzt kommen die da und denken so Hä? Wir wollt nicht machen Also war eigentlich oben was zu trinken Mittlerweile nicht mehr wahr Ja Alles ausgeprungen oder was Ich war richtig durstig ey. Dann stell ich mal den Wagen hin und geh mal fix was trinken, weil... Das dauert alles nicht mehr. Kannst auch oben die Beeren essen, dann musst du nichts mehr trinken. Ach ja stimmt, ja genau, haste recht. Vollkommen recht. Baum stimmt. Hm? Noch nicht. Let's make a night. You won't remember him. Ey aber erstmal gucken wann Rommi Big Bruiser heute wieder läuft. Ich glaub gar nicht mehr. Aufgesucht. Also eigentlich guck ich ja so'n Scheiß nicht ne, aber es ist immer wieder lustig wie sich die Leute da... Ne nicht nur das. Wie sich die Leute da einfach zum Affen machen ey, wie dumm die auch teilweise sind. Halt nur das mit dem Schlafmaschel. Ja vor allem... Oh das ist echt hart. Warum ist das hart? Das ist ne Schlagzeile und dann wird sie bekannter. Ja klar. Das ist doch ihre Maschel. Vor allem das hat sie ja auch noch vorher im Interview zu RTL2 gesagt. Also sie sieht sich da schon ne Schlagzeile und hat dann nur so gelacht und gesagt ja ich weiß schon was ungefähr kommen könnte. Ja genau verharte ich's noch nicht. Weißt ja das ist schon alles... das ist einfach alles schon geplant. Ja das ist... das ist nur... das ist perfekt für sie. Ja das ist einfach nur... Wir sind beide voll. Na? Sind beide voll? Ja. Ja gut dann kannst du ja den einen schon mal wegbringen. Dann kommst du mit dem anderen mit dem wieder zurück und ich fell weiter. Und dann bringst du den vollen Wagen auch wieder dahin. Und für was anderes bring ich dir hin. Das wäre ja nicht gut genug ne? Ja richtig. Also wir können. Ich bringe ein bisschen Harz über. Ein Baumharz oder so. Ich hab grad verstanden. Du bist das nicht ein bisschen hart. Baumharz finde ich das auch. Ja. Warte nicht. Baumharz kannst du bekommen wenn du nen Topf hast. Ja. Seil und sowas. Habt ihr noch was über? Ne. Also ich hab keinen Topf oder Baumharz. Ja. Baumtopf. Na gut. Baumtopf. Leider kein Baumtopf. Oder... Was aus? Was mach ich mit dem Topf? Was mach ich dann? Kannst du irgendwie ein Seil draus oder noch? Und dann kannst du das irgendwie craften zusammen und dann kannst du es an den Baum hängen. Kannst du Baumharz... Kann ich ja keinen Topf mit Seil machen. Hast du einen Topf? Ich hab einen Topf. Ja. Du mir mal einen Gefallen, dann pack die wenigstens auch schon mal immer die Baumstämmel hier rein. Ja mach ich ja. Na ja. Hier hast du deine Karre. Steht da neben dir. Perfekt. Wir laufen. Erst die Bären auf. Oh shit! Was ist denn oh shit? Der Baum ist nur ein bisschen... Petpet ist die Bären auf? Ja. Tschüss. War schon. Wir müssen das Wasser auskucken, Alter. Ja, ja, ja. Ja, ich hab davon nicht mal einen Tropfen gekriegt. Jo, da war aber auch kaum was drin. Ja, 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 ja. Ich dachte wir müssen hier zusammenstehen. Zusammenhalten. Ja. Hauptsache ich überlebe. Das ist mein Mallorca Urlaub. Ja. Dieser ganze... Jungs wir brauchen nur noch zwölf Stück. Ja, für die Dings brauchen wir auch noch was. Für die Klappe. Ja guck mal 87 Baumstern brauchen wir insgesamt. Theoretisch. Aber wir haben doch noch irgendwie am Anfang was gehabt. Was irgendwo wir nicht gewusst haben, wo wir die Baum... Ach so 16, das sind die Regale oben. Ach so. Die hast du schon weg gemacht? Ja. Die hast du schon weg gemacht? Ja. Ja. Der Wagen ist noch nicht voll. Der Wagen steht da. Ach so, ja egal. Der Wagen steht da. Ey, warum nimmst du keinen vollen Wagen, ey? Die zwei Baumstern... Ach, weil's... Geht doch schnell hier. Zack, zack. War gut. Bei den Dings hätte ich ja reintritt. Ich grad nehmen können. Hast du recht. Ja. Aber... Ist mir egal. Ich weiß. Ist mir egal. Ach so. Kannst mir hin. Ich auch gerade. Ganz ehrlich zu. Oh, Foundation ist fertig. Perfekt. Ich brauche mir noch was für die Treppe, damit wir da mal drauf kommen. Ah, hier ist einer bei mir. Einer mit einer CD. Ich glaub, der... Der will mir hier irgendwas andrehen, Jungs. André. Andrehen. Dein Cousin lässt grüßen. Es ist nicht mein Cousin. Nicht. Nein. Nein. Der war das voll. Der war das voll. Der war das voll. Der war das voll. Ich hab's. Ich hab's verstanden. Noch gesagt. Gleich hat er gesiebt werden. Jo, Junge, guck mal da vorne. Oh, Shit. Alter. Wollen wir die kämpfen? Ich krieg erstmal hier meinen Bogen. Ich nehme meine Keule. Guck mal hier, zieh uns! Alter, übelst die Legs gerade. Einfach im Box, ey. Der andere. War ja nicht noch ein dritter? Ja, der ist weggelaufen, der hat natürlich Angst. Ja. Wenn du den Großen besiegst, hat der Rest Angst. Ja, das stimmt. Dreh doch mal weg, Alter, wenn ich sie hätte. Also, was wir ja da machen können, Norwin, von oben bei der Großen Foundation jetzt, es sind halt solche Lagerplätze für Sticks, Steine, Loks. Jaja, das ist eine gute Idee. Also, dass wir da immer irgendwie sowas schon direkt da haben. Ja, die Lager halt einfach. Eine sehr gute Idee. Der Domi hat halt nur gute Ideen. Danke. Ich bin nämlich geehrt. Ich auch. Obwohl, aber war das nicht so, Norwin, dass du auch ein Überlebens- Künstler bist? Ja, in Wirklichkeit schon. Ja, ich weiß, das hast du uns ja gesagt, wo wir im Dritter waren. Jaja. Was du dafür geschickt erzählt hast, Alter, ey. Die Oberherde. Nein, dieses scheiß Reh hier! Kann Peppet bestätigen, ne Peppet? So. Äh, 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 äh. I'm a Storyteller. Ja. Oh Junge, Alter. Gesehen? Ja, hab ich gesehen. Jo, der fliegt aber nochmal weg! Jo! Das Spiel ist garantiert im Fuck! Ey, hast du das gesehen? Sag mir bitte, dass du das gesehen hast. Ja, im Augenblick. Ja, jetzt hast du gar nichts gesehen. Hab ich auch nicht. Junge, der ist einfach von hier. Du bist da nach hinten geflogen. Von da nach da? Ja, Mann. Hammer. Krass, ne? Wirklich. Box dich gleich. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie du heißt. Oh Mann, die riefen schütten noch von, von, vom Erbboden. Alter, beschluckt. Oh, die verarschen mich. Kann auch sein. Dreh das Baumstamm hier, ne? Der Baumstum. Ey, wie viel hier rum liegt schon wieder. Ist ne Höhle. So, Treppe ist fertig, Jungs. Fitpats. Was? Ne Höhle? Ja. Musst du mit dem Arm aber wieder zurück, oder machst du da jetzt irgendwas anderes? Keine Antwort. Ähm, was meintest du? Musst du wieder mit dem Wagen zurück? Äh, ja, ich baue, ich glaube, ich baue hier erstmal die Felswand hin. Und dann kann man die hier abbauen, ne? Ja, genau. Dann bauen wir hier weg. Oh, das passt perfekt. Ich würde die sonst so lassen. Schau mal hier unten. Also, Steine brauchen wir nur 332. Geht direkt klar. Okay, also, ja, ich würde dann halt sagen, dass du da auch gleich, äh... Also, das ist ja wirklich nur die Foundation, ne? Ähm, dass ich jetzt mit den einen Wagen zurückkomme, du den Rest jetzt hier noch aufsammelst, und ich dann halt schon mal so halt gucke, oder wir halt gleich gemeinsam machen können, wie wir das mit dem Lager machen wollen. Jo. Ich glaube, er ist ja eh nicht da, also... Genau. Ich baue den Rest von den Höltern schon mal hier rein, ne? Kann nicht sein, dass ich jetzt noch... Aua. ...dass ich ein... ...Re... ...Hell hab... ...meh, äh, Re... Ja, stimmt, das können wir auch direkt bauen. Stimmt. Dann haben wir Stamina noch, Alter. So geil zum Stamina aufbauen. Guck mal, ich... Hier waren wir beim letzten Mal. Wir haben auch hier unten die Base gebaut. Echt? Bist du da? Ja. Junge, Alter. Hammer. Aber... ...sind keine Reher. Oh, hier sind noch... Hier sind noch ein paar Dudes, ey. Folgt mich. Der will mich. Geht doch her, wenn du boxen möchtest. Dann... Noch. Es wird dunkel, oh nein. Wo kann man hier nochmal dieses, äh, diese Brücke bauen, was du da gemacht hast? Ist das diese einfach ganze Tree Bridge? Ja. Oder was hast du hier gebaut, äh, dass das... Was das verbindet? Ja, was, ja. Einfach eine ganz normale Brücke. Wahrscheinlich Tree Bridge, ja. Tree Bridge. Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte nämlich Bock gehabt. Aber du kannst keine Brücke mit der Brücke verbinden, ne? Nur so. Also, falls du das mit der Brücke da verbinden möchtest, wo du da gerade stehst, die vor dir ist, das geht nicht. Ja. Okay. Kann man... Kann man sonst nicht in der Mitte oder hier nochmal irgendwie so eine Plattform quasi bauen? Könnte man machen. Weil... Weil... Komm mal kurz hierher zu mir. Ja. Weil... Ich hab jetzt hier die Wand weggemacht. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass wir denn... Äh... Ist ja auch so viel... Zeug. Dass wir quasi denn... Hier einen Weg quasi zu dieser... Zu dieser Plattform hier haben. Und dann nicht immer runter hier auf diese Treppe müssen, weißt du? Wie ich's mein... Ist das jetzt hier ein Baum, den wir hier... Weißt du, wie... Wie reiß ich denn... Ja. Nur so, ne? Äh... Das geht auch... Wir können auch nicht... Warte. Das Einzige, was wir vielleicht machen können... Würde das gehen. Das ist noch wie so ein Vorsprung, oder nicht? Was ich machen konnte. Das war's nicht. Ist schon wieder so stürmisch, Alter. Wir haben noch... in den Häusern, da so ne... ... ... ... ... ... ... Das war's mal... Warten bliehen. Warten nur so auf dich, Domi. Naja. Oh. Und halt tatsächlich hier? So, ich hab nur... Könnt's dann sagen, wir gehen erstmal schlafen. Wollen wir schon wieder schlafen? Komm mal kurz. Weißt du noch nicht. War wir wieder... Oh, wieder falscher Alarm hier kommt, oder wie? Ja. Ja. Äh... Eine ist hier drin, bei uns. Wir können auch nicht sterben. Da auch noch ein bisschen. Wo ist der denn drin? Ah, hier. Ich reparier das nochmal wieder kurz. Boah. Alter, ey. Alter, Vater. Ich wollte jetzt hier eigentlich ne Tür bauen. Ähm... Wo war denn das nochmal? War das ne ganz normale Wall with Door? Jungs? Äh, was? War das ne ganz normale Wand mit Tür? Ja, ne? Ja. Ist hier nichts zu suchen. Jungs, kommt mal bitte kurz raus, weil ich hab hier doch ein paar Problemchen. Hm? Hm? Wär macht noch Stress. Oh, Jesus Christus Haselnuss. Boah, ich bin fast tot, ey. Ich bin grau. Woll ich helfen? Äh, du kannst... Du kannst nochmal weitermachen. Wollen wir mal? Weitermachen? Okay. Ja, du kannst mal zumal bei dem Boot. So, guck mal, Dummi. Bist du oben? Ich bin oben. Komm mal mit. Komm mal da hinten. Komm mal hier. Bitte? Komm mal hier. Hier hab ich gedacht, wir jetzt mal auch Holzdinger hin, weißt du? Hm. Da, hier wird Holz gelagert. Aber, ja genau, also die ganze komplette Ecke voll, ne? Ja, ja, natürlich. Richtig. War nur noch nicht fertig, weil du ja nach Hilfe geschrien hast. Wo kriegt denn so ne Taschenlampe her? Ich glaub, die musst du blenden. Ja, ich glaub, die muss... Oh man. Okay, was ich eigentlich auch noch platzieren wollte draus... Ist unser Feuer kaputt? Kaputt oder nicht an? Nee, kaputt. Beides. Das große Feuer ist kaputt. Aber eigentlich könnte man wieder so ein großes Feuer platzieren hier, ne? Das passt auch perfekt in die Ecke rein. War, was war denn das für ein Feuer? Das war... Ne, das ist das. So, ein so ein Ding ist jetzt schon fertig. Wann... Wann dieses große Feuer? Wissst du das nochmal? In der Mitte? Ja, also... Hier, wo ich stehe. Ne, ich meine, wo man das bauen kann. Achso, Fireplace, das zweite oder so. Ist das dieses Bonfire? Ach ja, das ist der. Wollen wir das sonst, äh... Wollen wir das woanders platzieren, oder? Auf die Foundation kannst du platzieren. Kann... Ernsthaft? Was kannst du platzieren? Tatsächlich. Wollen wir... Mach mal, mach mal. Ja, das ist gut Licht und so und alles. Hier oben? Ja. So. Ja. Okay, jetzt wollen wir nur noch Locks. Haben wir noch draußen Locks stehen? Ah, da macht einer ganz nett hier. Was willst du denn hier? Greif an. Ups. Oh, scheiße, ich bin tot. Das war eine Doppel-Kombo, ey. Junge, schuf. Wo stehst du immer noch rum? Öft? Bei mir, ja. Wahrscheinlich einen Leichenstab. Hier wollen wir auch. Ja. So, ich muss das mal wieder reparieren hier alles. Oh, Alter. Die schreien ja gerade. Der holt ein paar Leute dazu. Ich glaub mal. Ein paar Bären da. Wollen wir noch einmal kurz... Ja, wir müssen erst mal hier... Wir brauchen Locks, ey. Ich will diese Leichen hier loswerden. Ja, fünf, 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 fünf. Es wollen noch mehr Leichen kommen. Ja, ich seh das schon. Ich sogar hör das. Oh, Junge, das hast du hier oben platziert. Loan. Ja, ja. Ach, und das kommt dann... Das wird dann Feuer, oder? Ja, ja. Oh nein, ich bin schon wieder tot, ey. Ich hab gerade was gebaut. Du Arschgesicht, Alter. Du Arschgesicht. Scheiße, ich muss... Das war cool. Ich muss gleich dringend ins Wasser, weil ich bin gerade... Sonst wär ich hier... Aua. Aua. Boah, der hat ein Licht und ich kann das Licht nicht haben. Ich will ein Licht haben. Ja. Mann. Also, ich muss schnell ins Wasser, schnell ins Wasser. Ähm... Wir müssen schnell irgendwie... Und Wasser. Ja, das... Äh, oh scheiße. Jungs, kann man hier mal kurz nach unten kommen? Ja, ich kann mal. Was? Ich stehe mir gerade an deiner Tour. Ja, ich bin, äh, etwas ausgerutscht. Ich war ja Bundesliga. Ich war ja Bundesliga heute, sagste? Der erste Bundesliga, oder? Ich bin hier schon wieder gar nicht gewohnt, ey. Nächte ich gerne. Waffen... Waffenhalter... Brennstoffe. Mach hier mal einen Pfeilkorb hin, ne? Knochenknochen Dings Jetzt guck mal hier, allein Sammelstöcker 214, Dankeschön Schauern, Dings Wir sind ja, wo Luca erstmal die Feuerstelle bauen musste Mit den 68 Steinen Peppe, kannst du da noch kurz zwei Loks holen? Ja Dann haben wir, glaube ich, die Feuerstelle fertig Dann können wir auch gleich die Tür hier fertig bauen Was sind denn die? Da, wo du gerade runtergegangen bist Wir können auch einen Totem bauen, ne? Einen habe ich auf jeden Fall Ich glaube, dann bleiben die weg Da greifen die und sich nur so oft an Echt? Ja Ja, mach mal Ja, glaub ja Ja, das wäre nicht schlecht Also, die sollen wirklich tatsächlich Also, ich mach mal das Heftigste hier Könnt ihr euch das mal raussehen Guck mal mit Guck mal hier, ich platziere das mal hier draußen Da Das ist ein fein Katapult oder was? Ach das Nein, das ist ein Totem Totem Können wir auch neun Köpfe reinlegen Lass uns mal kurz den Raum hier fällen Wir brauchen dringend ins Loksrader Also, ich wäre dafür, dass wir jetzt schnell Die Wand vielleicht noch Die kleine Wand da fertig kriegen mit den Türen, wisst ihr? Also, willst du noch mal ein bisschen Holz fahren jetzt, Earth? Ja, sind ja nur drei, vier Bäume oder so Ach, die gerade waren es hier oder was? Ja, die Wände, die da halt da sind gerade Die ich da platziert habe Also, alle willst du noch machen? Ja, ja Das sind ja jetzt noch so viele Kannst du dann mit dem Wagen hier herkommen oder so? Perfekt Ich muss mal kurz, oh scheiße, ich muss mal kurz nach Bären suchen Oder habt ihr sonst noch so Essen gerade fertig? Nee, ich kann's mal jetzt machen, glaube ich Ja, das wäre ganz prima, weil ich bin ganz low Low, low, low Lower geht's nicht Stop, lauf Oh, bei mir Ah, er ist raus, oben Shit Fiss dich, ja? Fiss dich, ja? Fiss dich jetzt Hätte ich mal einen Schwanz, der Junge Na gut So, weg mit dir So, ähm Drei Fische sind dran In der Westen, danke dir Drei leckere Fische Kann man die nicht quasi auch Äh Äh, was wollte ich Boah Ja, es regnet Oh, Loll Ja, es regnet mal Auf den, auf diesen, auf diese, äh, toten Viecher da raufschlagen Und dann kriegen wir quasi die Köpfe Oder wie funktioniert das? Och, keine Ahnung Welche Viecher sind die raufschlagen? Ja, auf diese Außerirdischen da Außerirdischen? Ja, kann ich mal Ey, du weißt, was ich mein Ne, hä, ich check das gerade echt nicht Ja, die Toten hier Ja, auf die, auf den Toten schlagen Quasi So, dass wir quasi die Köpfe Also, wenn die schon tot sind Ja Draufschlagen Dass wir dann quasi die Köpfe da rauskriegen Ja, auf den hochwerfen meinst du da war Ja, also, wenn die schon tot sind Einfach weiter auf die draufschlagen Ja, ich glaub, dann kann man Ich bin Köpfe gekommen Echt, geht das? Ja, das ist halt meine Frage Ob das so funktioniert Mach mal Ich bin langsam auch alt Ich bin schon wieder tot, Alter Ja, ich... Du bist schon wieder tot Ja, ich... Ich weiß nicht, wie er mich da gerade erwischt hat, aber... Du, der lebt noch Vielleicht sollt ihr helfen, oder? Ich kann... Oh! Ich bin auch tot Ich bin auch tot Oh, was? Ja, der eine ist wieder aufgestanden Freddy, komm bitte Ich bin da Ich bin hier gar nicht Wo seid ihr denn hingelaufen? Wir sind direkt... Hier? Hast du hier? Ey, aber auch bei der vorne zu schlagen Ja? Oh, wir sind jetzt auch noch Oh, jetzt sind da vorne noch da Sogar drei, glaub ich Ich bin tot Was? Ey, ganz tot? Ja Oh, was? Hat ihr euch... Scheiße Fuck, Alter Wir brauchen aber Hilfe hier bei den Jungs, ne? Ja, äh... Da kann... Kann ich dir grad... Also, wir können dir grad dann... Wenig helfen, tatsächlich Ja, zwei hab ich noch, alles gut Ja, ich hab... Hast du schon alles eingesammelt? Achso, ne, ich kann auch nicht einsammeln Weil ich vor kurzem erst ja alles eingesammelt hab Achso, ja gut, dann, äh... Wollt euch Scheiße, Alter, ey Ich hätte so viel geiles Zeug eigentlich Boah, Junge Ich hab auch nur richtig wenig Stamina Aber man kann ja sein... Sein, äh... Rucksack quasi... Gumm, ich hab kein Stamina, ne? Ich kann nur so... Ich kann nur... Richtig, richtig langsam raufen Ja, gut, ich... Ich... Ich lauf trotzdem schnell, ne? Deshalb, bist du tot? Nein Nur bei Essen los, bin ich tot Das wird ja doch noch ne spannenderes Ort, als ich dachte, ey Irgendwo Boah, die Bitch Verhofft, Bitch Boah, Alter, bin ich tot Schrei doch nicht rum Boah, ich hab einfach eine Idee Geil auf oben auf dieser Entfernung, Alter Komm rauf Bitch I need some bears Headshot Lampe Ah, du auch tot, ne? Auch noch nie weg Wie sagt man immer, wenn du Bären siehst? Ja, ich hab schon ein paar Bären gesehen, aber die sind giftig Schade, ey Ich hatte jetzt schon so viel eingesammelt, ey Eigentlich auf... Zeug Ja, kannst du ja wieder neu einsammeln Ja, ich mein jetzt hier auch diesen ganzen Computerscheiß und so weiter, ne? Also, dann muss ich jetzt... Ja, der Rucksack liegt auch da noch von dir Den sammelt so ein... Stimmt, ja, ich hab schon wieder vergessen mit dem Rucksack Ich Idiot, ey Jungs, die machen unsere Base kaputt Ja, mein Reparaturhammer, der kommt gleich wieder zum Einsatz Sorry Muss essen, Alter So, wirkt jetzt wieder Tag Ja, das stimmt Die sind auch da, die Viecher Ja, wie weit sind wir denn eigentlich gelaufen, ey? Sehr sehr weit, doch Ey, diese Sammelsteine, eins von 343, ne? Das wird... Das wird was Sammle Arme Sammle Beine Sammle Köpfe Hä, ich kann das... Ich kann das nicht essen Ja, heb dir das nur auf, dieses ganze... Das ganze Essen, aber dann macht man nichts damit Raw, alles raw, Alter Oh Bitch, hör mal auf! Du hast 50 Fall im Körper Vielleicht hast du ja eine wirkliche Schrecke Können wir mal Nein, ich bin auf dem Boden Oh nein Tot? Ja Boah, halt durch, ey Ich weiß nicht, wie weit ich noch brauch Scheint aber nicht alt, so weit zu sein Halt durch, halt durch, durch, halt durch Der früten Kopf ist schon, uiuiui, der ist schon am Mund, Alter Halt die Oh, Mann Scheiße Ja, okay, ich bin... Ich bin nicht mehr weit entfernt, hier sind schon abgeholzte Bäume Halt durch Wie weit ist er? Der Anzeiger Ähm, einer Nase Ja, das dürfte ich schaffen Jetzt am Auge Oh, Gott Was hast du? Ich werde leider auch verfolgt gerade, das ist jetzt nicht so geil Na doch, das ist relativ gut, weil dann gehen sie gleich nicht auf mich Oh, Mann Halt durch, ich kann grad nicht Du bist da Du bist da Oh Ja, neben mir sind auch welche Oh Ah, ich bin sonst auch... Ich werde wahrscheinlich... Ja, ich bin auch wieder tot Oh Jungs, ich hab Adrenalin Ich kann wieder sprinten Oh nein Oh jo, Domi Ja, ich muss grad selber knacken Ich knack bei mir Ich knack bei mir Jo, bei mir auch Ich bin wahrscheinlich auch gleich tot Ah 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 Oh Ah Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Dein Rotzab müsste man sehen. Beziehungsweise deinen Totenkopf. Ist das der da vorne? Bin ich da vorne gestorben? So, ich dachte, da liegst du gerade. Ich dachte, der ist dauernd. Kann ich nicht? Weiter aufm... Ich geh mal zu meinem Totenkopf und da kann ich gerne... Ich kann dir weiterhelfen. Ich hau mal weiter drauf. So, wenn der mal drücken, wer das aufhauen würde. Das geht nicht. Doch, 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 doch. Geht, geht, geht. Ich wollte dich gerade angreifen, weil ich hab's gehört, dass jemand läuft. So ein Kopf. Ja, da, da, da ist ein Kopf. Der rollt da. Komm mal weiter hier auf den Kopf. So hab ich. Dein Bein. Noch ein Bein. Noch ein Bein. Beine, wo kommst du? Noch ein Arm. Ähm. Jo, alter! Alter, mir! Oh! Boah! Ja. Ich geh rein. Naja. Was ist nicht rein? Ja! Weiter! er kann nicht essen was sagt ihr war auch nur gute folge oder nicht äh ja wie du es gerade sagst ey ich bin voll lief gut bisher ohne schlafen ist man nur mit zweitern aber ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe ihr schreibt euch nächstes mal wieder ein würde uns auf jeden fall sehr freuen und ja bis dahin haut rein tschüss 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 tschau tschau